Hallo und herzlich willkommen zurück zu der neuen Runde zu Stardew Valley und ihr hört es schon draußen, es regnet, wie schön kann es sein als Bauer draußen regnen haben und die Wiederholung schauen wir auch gleich, Gemüsepfanne, wusste ich vielleicht schon, keine Ahnung, was sagt der Wetterbrich für morgen? Es wird wolkig und windig, heißt aber nicht, es regnet, ne? Von dem her können wir, wohn oder übel, irgendwas annehmen, wo wir nicht wissen, was wir haben hier auch eine Storage, wusste ich gar nicht Ich wusste das hier, aber dass wir hier eine Storage haben? Immer kurz, ach hier, Rucksack und das ist offiziell eine Truhe, okay, alles klar Heißt also, wir haben hier nicht nur ein Schneidbrett, ein Kocher und ein bisschen Wasser hier, wo wir auffüllen können, guck mal Ich denke mal, das geht, ne? Wenn wir jetzt hier Jo Funktioniert Na, schau mal an Es wird gegau... Hm, was ist hier passiert? Okay Aber was wir wissen ist, so gehört sich das Hallo Sam, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen Wir sind so gute Mädchen und haben auch Hunger Könntest du mir ein wenig Amaranth bringen? Amaranth? Woher soll ich denn das jetzt kriegen? Im Frühling, im Sommer, im Winter, im Herbst? Ich weiß es echt nicht So Ähm... Was braucht die Soße hier? Eisen, Gold und Quas Eisen? Eisen Was wir hier machen mit dem Kupfer ist... Ist schön und gut, aber bringt uns nicht weiter in unserem Problemchen Würde hier helfen, Eisen und Kupfer, aber hier brauchen wir hier Eisen, Gold und Quarz Ohhhh... Shit, normales Ja, wenn wir das wissen, wenn wir das hätten... Wenn wir das gewusst hätten, ne? Eingelegtes und ausfrüchten Marmelade Hm... Macht das Ei jetzt zur Mayonnaise? Ja Macht das Milchkäse? Konig, das wäre halt schon ziemlich genial Ein Käfersteak, ich weiß nicht so recht Lebenselixin, roten Pilz, ah, klingt auch gut Ein roter Pilz ist immer gut Fünf Erze Na, die Scheiße aber auch Aber Quarz benötigen wir eh, oder? Jo Wir haben 15.000 kriegen wir jetzt Ich kaufe mal fünf Gold und schau mal, ob das auch so ein Fünfersteak ist, oder wir da mehr benötigen Machen wir hier mal 100 und wenn wir das Ding vielleicht 50 kostet, 50 mal 100 Ja, mehr ist halt 5.000 pro Sorte, oder sowas in der Art Da haben wir die 15.000 grad durch Und wenn es jetzt wie das Mal gucken, ob wir das Richtige kaufen, ne? Okay, bevor wir da reingehen, wir benötigen Eisen, Gold Eisen, Gold und Quarz Hallo Nein Wir haben uns total, wir haben uns verarschen lassen Oh je, meine Wisst ihr was, auf den Schreck Hol ich mir nochmal fünf Zui Hör mal kurz, Kohle brauchen wir auch noch Vielleicht haben wir Kohle zuhause, aber So, macht uns arm Bisschen ausprobieren, von dem her, alles okay Schön, wir haben hier das neue Brett, ne? Das wir hier anschauen können, mal schauen, was es hier so gibt Hm, ein Angler Wäre ja schon, irgendeinen coolen Angler zu haben, ne? So, dass wir ein bisschen angeln gehen Lachs ist im Vormarsch Das wusste ich jetzt nicht Ist der Lachs hier im Überfluss existiert? Wollen wir mal kurz, wir gehen Ja, ne, doch, wir gehen nach oben Ach, doof Aber ja So ist es besser Oh, guck mal an Oh, hier auch Ich frage mich, was denn im Herbst alles geht Wir haben Eisenerz Das ist eine teure Angelegenheit Wo ist denn hier? Hä? Achso, wir hatten noch kein Eisenerz, ne? Nur Kupfer und Dingsebumse Hm Ein Bündel Amaranth Ja, wie viel ist das? 20, 30, 40 Ich glaube, wir lassen die Ausbuttelung hier reinpflanzen Aber das geht nicht Hm Naja Aber wir haben jetzt Regen Das ist gut Ist das angenehm Hm Im Frühling, ne? Können wir denn eventuell eine Kiste basteln? 50 Haus Das haben wir bestimmt irgendwo rumliegen, ne? Ich hab's doch gewusst So Na gut, Leben ist jetzt nicht Aber hier alle so Kristallkacke und so Könnten wir da hinten reinschmeissen Wumms Wumms, wumms 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 Zack, zack Ähm Das ist auch noch Das auch noch Das auch noch Das auch noch Wumms wums 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 oh, minus 2 ist giftig, ok verstanden dann können wir auch in die mine gehen wenn es so weiter geht wir haben zwar noch etwas zu futtern aber vielleicht wird man auf dem weg ein oder zwei sachen noch und dann können wir vielleicht so ein bisschen aufbessern aber ich denke dass es ja nicht viel was hat hinten ein pilz eventuell kommen wir da hin kommen wir schon mal nicht wenn das ist eine höhere angelegenheit da hinten wusste ich doch dass es irgendwas anders ist und das sind zierpilze die können wir nicht mitnehmen ja im herbst ist es halt nicht mehr so schön ich frage mich auch immer wieder hier wir sind ja nur mit hut unterwegs sind die nicht klitschplatschen nass oder so oder das macht uns wohl nichts aus ne wohn mal kurz hier unten haben wir was das ist doch eine eichel oder sowas ne eine haselnuss 30 und 13 also mehr gibt es hier nö mehr gab es hier nicht ok dann rein in die bude mal gucken was jetzt so los ist auf stockwerk ich weiß gar nicht 35 wir haben eventuell die 40 irgendwann erreicht oh cool kupfer ich müsste nicht meine fackel haben aber kohle und holz ne sowas in der art ah harz und holz ok nicht in minecraft ok ok sehen wir ein bisschen mehr das ist angenehm so viele steine für was brauchen wir das alles gut irgendwann wer es äh brauchen wir es dann wirklich dann sind wir froh drüber so hasta la vista du komm ran oh hallo ey 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 ist wieder mal party gefeiert oder angenehme sache hier grütze hast du auch noch so ein scholli hund ok die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok, jetzt kommen einfach lauter Federmäuse an, ne? Der Spuk ist vorbei Wir dürfen die noch vorher schönen Federmäuse auch mieten Danke sehr So Gute Cool So Komm ran, du Arsch So Jetzt haben wir's Aber Hier haben wir kein Licht mehr Die Frage ist, wo geht's hier weiter? Nö, hier nicht, nö Hallo? Okay, dann halt so Eine Höllenkarotte Cool Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir da irgendwie runter kommen, ne? Achso, okay Okay Quarz Cool Das brauchen wir Ey Wenn wir Stufe 40 sind, dann haben wir's geschafft Aber was wir auch geschafft haben, ist die Folge zu Ende machen, denn wir sind hier Am Ende Tschüss und Ciao So 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 So